Wir präsentieren euch den Vampirjungen von Segringen. Drei Versionen. Habt ihr kein Vampir im Dorf? Warten Sie bitte, ich hole ihn. Hier ist er. Hallo. Ich zahle dir vier Kronenteiler, aber wenn du mir ins Gesicht schneidest, töte ich dich. Hilfe! Hier ist der Lehrling. Guten Morgen. Ich zahle dir vier Kronenteiler, aber wenn du mir ins Gesicht schneidest, töte ich dich. Okay, ich mache es. Bist du dir sicher? Ich zahle dich. Merin' hast du sicher? Bist du sicher? Super. Bist du sicher? Okay, wir gehen. Können Sie bitte aufhören zu singen? Rina? Ja? Die Krim. Hier. Hätte ich ihnen nicht gesagt, dass sie aufhören zu singen sollten? So, wir sind wert. Da, deine vier Kronentaller. Du hast die dir verdient. Wenn du mir ins Gesicht geschnitten hättest, hätte ich dich getötet. Hätte ich dich ins Gesicht geschnitten, hätte ich dich eher getötet. Du hattest den Mut, mir zu schneiden. Dann gebe ich dir ein extra Kronen. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bravo! 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 In einer Stadt namens Segrigen, ein Mann, der rasiert werden wollte. Er war groß und stark und hatte bei sich einen Wächter, der immer essen wollte. Der war auch stark, ein Mordskerl, aber auch richtig dumm. Er zog sich immer moderner an. Hallo, guten Morgen. Ich will mich rasieren. Hallo, guten Morgen. Gangen Sie rein? Haben Sie mich reserviert? Ja, so ist es. Um elf Uhr fünftunddreißig. Ja, da sind Sie. Bernardo war ein Ritter. Da ist der Meister. Vielen Dank. Hallo, Herr Meister. Ich will mich rasieren. Hallo, Herr Meister. Was ist das denn? Danke. Ich will essen. Schade, wir haben hier kein Restaurant. Ich will essen. Entschuldigung. Da haben wir ein Stuhl. Wir haben kein Essen. Wir haben nur Wein oder Wasser. Wein oder Wasser. Anna, holst du die Flasche Wein, bitte? Ja, ich komme. Danke. Ein Rioja. Ja. Sehr lecker. Danke. In der Stadt müssen Sie ein Euro bezahlen. Danke. So. Können Sie jetzt bitte anfangen? Halt, halt, halt. Haben Sie eine Sache klar? Wenn Sie mich ins Gesicht schneiden, dann tötest Sie. Hilfe! Lehrling, Lehrling. Komm, hier hast du ein Gast. Okay. Hallo, ich habe ja gehört, dass Sie gut bezahlen. Ja, so ist das. Fangen Sie bitte jetzt mal an. Okay, fertig. Perfekt. Fantastisch. Hier haben Sie alle Ihre Kommentare. Danke. Und jetzt gehen wir an einem Sonntag wieder. Vielen Dank. Tschüss. 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 Bravo! Bravo! Vielen Dank. Ich will rasiert werden. Setz dich, ich hole den Meister. Meister, da ist ein Mann, der rasiert werden will. Ich will rasiert werden. Und wenn du mich schneidest, dann schlage ich dich tot. Nein, Hilfe! Ich hole den Meister. Hier ist ein Mann, der rasiert werden will. Hallo. Ich will rasiert werden. Und wenn du mich schneidest, dann schlage ich dich tot. Aber wenn du mich nicht schneidest, dann gebe ich dir vier Gründe an. Okay, ich mache es. Komm nach hinten, bitte. Fertig! Gottlob! Woher hattest du den Mund zu rasieren? Ich war bewaffnet. Bravo! 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 Bravo!